Und jetzt gucken wir uns ein Katzenvideo an. Nee, jetzt ist die Stimmung genau so gut, wie ich sie gerne haben möchte, weil ich möchte nämlich über ein Video sprechen und über die Kommentare oder einige Kommentare, die da drunter stehen. Letztens habe ich darüber gesprochen, was es kostet, ein Leben zu führen, wie ich es gerade führe. Und ich habe sehr interessante Kommentare dazu bekommen. Und ich würde gerne einige Kommentare nehmen und mich mit euch darüber mal unterhalten. Also um das Video mal ganz kurz zusammenzufassen, falls ich es noch nicht gesehen habe, Es ging darum, dass ich dort erklärt habe, warum ich beispielsweise gerade nicht verreise, ins Kino gehe und irgendwelche spaßigen, super Aktivitäten mache in meiner Freizeit. Und im Groben und Ganzen habe ich erklärt, ich gehe halt jeden Tag zum Sport, ich esse jeden Tag, arbeite, gehe schlafen und das mache ich, weil mich das halt erfüllt und glücklich macht. Und ich habe beispielsweise einen Kommentar von Tech Dave bekommen. Und Tech Dave hat geschrieben, an sich kann ich das sehr gut verstehen, was du sagst, Allerdings verstehe ich nicht, wieso man sich mehrere Sachen miteinander kombinieren kann. Also nur weil man täglich Sport macht, heißt es ja nicht, dass man nach der Arbeit nicht auch mal fotografieren gehen kann. Oder dass man drei Wochen Urlaub macht. Das beißt sich meiner Meinung nach nicht damit, nur weil man Sport macht. Ich mache in Hotels meistens auch meine Sporteinheiten, weil es eigentlich fast überall auch ein Gym im Keller gibt. Trotzdem will ich dir deine Lebensart nicht abreden, aber ich hoffe, dass du nicht dein Leben verpasst, weil du viele Dinge wegstellst. Sparen ist wichtig, aber Leben genauso. So, an der Stelle möchte ich mal ganz kurz aufgreifen, dass dieser Kommentar für mich, also er löst in mir überhaupt nichts aus. Weil das ein Satz ist, der mehr als nur häufig von Menschen kommt, die das nicht verstehen können oder eine andere Lebensart haben, als Beispiel. Wenn ein Freund oder eine Freundin, ein Mensch aus seinem Bekreisenkreis, sich dazu entschließt, das so zu machen, wie er es macht, dann macht den das glücklich. Und es ist für Menschen super schwierig nachzuvollziehen, was sie glücklich macht, also andere Menschen glücklich macht. Wenn beispielsweise aus meinem engeren Umfeld oder aus meinem Stream mir jemand erzählt, dass er jeden Sonntag Motorrad fahren muss oder seine Motorradreisen machen muss, weil ihn das happy macht, würde ich das niemals in Frage stellen und ihm sagen, verpass doch dein Arbeitsleben nicht oder verpasse nicht, reich zu werden oder verpasse nicht, deine Ziele zu erreichen. Weil jeder Mensch eine andere Funktion hat und einen anderen Lebensweg. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt mich selber. Ich werde dieses Jahr, glaube ich, 39. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich rechne den Scheiß mittlerweile nicht mehr aus, seitdem ich 30 bin und ich vergesse auch regelmäßig, wenn ich Geburtstag habe. Ich habe in meinen, runden wir auf auf 40, in meinen fast 40 Lebensjahren über 30 Länder bereist. In jeglichen Form. Mit einem Flieger, in einer Exkursion, mit einer Arbeit, an einem Wochenende in ein Auto setzen und 1500 Kilometer Auto fahren, um einen Milchshake zu trinken, mir die Stadt anzugucken und wieder nach Hause zu fahren. Das habe ich in meinem ganzen Leben schon gemacht. Ich habe auf Messen gearbeitet, die ich sehen wollte und dadurch Städte gesehen. Ich bin mit einem Boot verreist, ich bin mit einem Fahrrad verreist. Ich bin spontan von Dresden nach Prag mit dem Fahrrad gefahren, weil mir gerade danach war. Ich habe das in meiner ganzen Lebzeit gemacht. Ich hatte wenig Geld, ich hatte viel Geld, ich hatte durchschnittlich Geld, ich habe Scheißjobs gemacht, ich habe gute Jobs gemacht, ich habe richtig beschissen bezahlte Jobs gemacht, habe for free gearbeitet, habe Freunde gehabt, Freunde sind gegangen. Und über die Zeit und über die Jahre, und das denke ich, wird vielen Leuten so gehen, weißt du, was du gerne hättest und was du nicht gerne hast. Aufgrund der Erfahrungen, die du in deinem Leben getätigt hast. Für mich zum Beispiel, ich möchte nicht in einem Hotel Sport machen. Ich fahre nicht in den Urlaub, um in ein Hotel zu gehen, um mich dort einzuchecken, um im Keller Sport zu machen. Das ist nicht mein Lebensstil. Wenn ich in ein Hotel gehe und Urlaub mache, dann mache ich ja Urlaub und keinen Sport. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht drei Wochen Urlaub fahren, weil mich das langweilt. Ich möchte das nicht machen. Also ich persönlich möchte nicht dorthin fahren. Mich erfüllt das nicht mit Freude. Mich erfüllt es, mit Freude in die Garage zu gehen. Das erfüllt mich mit Freude. Mich erfüllt es mit Freude, 50 Kilometer Fahrrad zu fahren. An der Stelle vergessen, glaube ich, einige Menschen, wenn sie sich sowas anhören, also Geschichten von anderen, dass sie das immer für absolut nehmen. Also wenn ich jetzt von diesen Erfahrungen, so wie ich es gerade tue, das teile mit euch, geht der eine oder andere davon aus, wow, das ist aber super absolut. Boah, nee, das würde ich ja niemals auf die Reihe kriegen. Und das ist auch völlig in Ordnung für dich, dass du das nicht auf die Reihe kriegst. Es ist völlig in Ordnung, dass manche Menschen, Familien drei Wochen in Urlaub fliegen müssen oder Menschen nach Malle fahren und sich dort zwei Wochen komplett die Hütte vollnageln. Das ist völlig fein. Das ist super gut, weil sonst wären wir alle gleich. Und wenn wir alle gleich wären, wäre es ja super langweilig. So an der Stelle, wenn Menschen euch sowas erzählen und ich kann dort immer nur ganz extreme Beispiele aufzählen. Mein liebstes Beispiel ist halt immer Michael Jordan. Wenn du dir Michael Jordan anguckst, der hat halt wahrscheinlich 30 Jahre seiner Lebzeit nur Basketball gespielt. Der ist aber mit dem Basketball die ganze Zeit um die Welt gekommen, hat Leute gesehen, Glücksspiel betrieben, was er nicht alles für einen Käse gemacht hat so. Aber es hat ihn glücklich gemacht. Er wollte der Beste sein und er hat es halt durchgezogen. Tiger Woods, genau dasselbe. Bill Gates, such dir Menschen aus, nimm The Rock oder weiß ich. David Goggins ist mein Lieblingsbeispiel. Wenn sich Leute beispielsweise von David Goggins eine Geschichte anhören, das ist ein Mann, der die drei härtesten Trainings in Amerika durchgemacht hat bei Navy Seals. Er ist Combat Medic und so weiter und so fort. Er läuft Ultra-Marathon. Und du hörst dir das wirklich an und denkst dir... Und ich denke, also ich vermute, dass viele Menschen, die sich das anhören, sich so sagen, Alter, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Wieso stehst du morgens um vier auf, um 50 Kilometer laufen zu gehen? Und nur wenige Menschen können das verstehen und werden das auch verstehen und sich dafür öffnen, diese Information aufzunehmen. Weil es für, ich sage mal, den gemeinen Menschen oder für einige Menschen unvorstellbar ist, das zu tun. Und so hat jeder in seinem Leben eine Kleinigkeit, die für andere Menschen unvorstellbar ist. Es ist unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die in der Garage einen Zweier-Golf haben mit 700 PS, der einfach auf eine Viertelmeile, keine Ahnung, 300 Klamotten fährt. Ist unvorstellbar. Ist nicht nachvollziehbar. Da stehen Leute am Wochenende morgens um vier auf, um die Garage zu fahren und den ganzen Tag daran zu schrauben. Weil sie nach Hause kommen, legen sie sich ins Bett und sagen, ja, ich habe ein erfülltes Leben. Und das holt mich komplett ab. Da gibt es aber auf der anderen Seite auch Leute, die kommen nach Hause, legen sie sich auf den Couch und wollen Netflix gucken und sich nebenbei ein Kilo Eis reinpfeifen. Und das ist auch völlig fein. Das ist total in Ordnung. Und da muss sich auch niemand schlecht fühlen. Was hier aber an der Stelle schwierig ist, ist es, Leuten so etwas zu sagen. Also, wie gesagt, in mir löst das hier nichts aus. Es ist für mich ein Aufhänger, darüber zu sprechen. Andere Menschen können das aber nicht so gut wegstecken, wenn dir so etwas gesagt wird. Und wir kennen sie alle, diesen einen Freund oder Freundin, die dich ständig zurückhält, weil sie irgendwas scheiße findet, weil es in ihrem Kosmos nicht stattfindet. Und ich finde es nicht gut, dass Leute so etwas tun. Weil gerade bei Freunden beispielsweise, gerade bei Freunden, wenn die einen Traum haben, dann sollte man sie bei ihrem Traum unterstützen. Und das aber mit Realismus und Wahrheit. Nur weil das in deinen Kosmos nicht reinpasst und das nicht funktioniert, heißt das aber nicht, dass man das denn verbieten sollte. Und jetzt, um die Kurve nochmal hier zu schlagen, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und ich denke, dass viele, die das gerade hören, sich dabei jetzt vielleicht sogar ertappt fühlen. Du fängst gerade an, so ein bisschen dein Leben zu ändern. Du machst ein bisschen Sport oder ernährst dich gesünder und drehst alles um. Und dann kommt diese eine Woche. Diese eine Woche, die bei dir nicht nach Plan läuft. Wo morgens um fünf ruft der Chef an. Du machst einen Briefkasten auf, da ist ein richtig beschissener Brief drin. Dein Auto ist kaputt gegangen. Du hast einen Planten im Fahrrad von deinen Inland Skates, ist irgendwas kaputt gegangen. Und es läuft nicht so, wie du es gerne hättest. Und genau in diesem Moment denkst du daran, scheiße, ich könnte auch einfach zum Bäcker gehen. Und ich könnte mir einfach so eine richtig fette Semmel holen mit Salami drauf, richtig fett Butter und den ganzen Kram. Und scheiße, fuck, heute Abend fahre ich noch zu McDonalds, weil ich mich belohnen möchte. Und dann könnte ich mir vielleicht auch zwischendurch auch noch eine Packung M&Ms reinjagen. Und das ist völlig normal. Und um das unter Kontrolle zu kriegen, brauchst du ein gewohntes Umfeld für eine super lange Zeit, um deine Gewohnheiten, die du dir viele Jahre angewöhnt hast, zu brechen. Und ich persönlich breche gerade alle meine Gewohnheiten. Das heißt, selbst wenn ich super beschissen drauf bin und nichts nach Plan läuft, esse ich immer noch vernünftig und gehe in der Garage. Und da gibt es für mich keine Ausrede. Außer ich fahre sechs Stunden von zwölf Stunden Quota und bin richtig im Eimer. Denn braucht der Körper auch irgendwann mal Ruhe. Und einige Menschen können das einfacher und andere Menschen können das schwerer. So gibt es Leute, die können super einfach mit Rauchen aufhören und andere Leute können das nicht. Einige Menschen müssen jedes Wochenende trinken, andere Menschen müssen überhaupt nicht trinken. Und so ist jeder Mensch mit dem Umgang dieser alltäglichen Probleme anders. Und um irgendwann mal 60, 70, 80 zu werden und einigermaßen fit zu sein und nicht mit 58 aus dem letzten Loch zu pfeifen, ist das ein Preis, den du für ein paar Jahre bezahlen musst. Und ich rede wirklich von Must. Das ist ein Preis, den du bezahlen musst, damit du später dafür gewappnet bist. Und das hat nichts damit zu tun, kein Geld auszugeben, sich nichts zu gönnen oder sich nur einzuschränken. Das ist einfach der Moment, wo die Hölle für dich der Himmel wird. Und mehr ist das nicht. Ob man das selber machen möchte oder nicht, das liegt bei jedem alleine. Und das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber hört bitte auf, Leuten, weil man es nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, da reinzureden, dass sie irgendwas verpasst haben. Ein guter Aufhänger. Wirklich, weil das ganz, ganz tolle Gespräche sind, die man mit Menschen führen kann, sind W-Fragen. Warum machst du das denn eigentlich? Was ist denn dein Hintergrund dazu? Oder was hat dich dazu bewegt, um das nachvollziehen zu können? Weil wir leben in einer Zeit, in der wir super schnelllebig sind und alles, was länger als 20 Sekunden ist, wird weggeswiped. Und ich persönlich wäre ein großer Fan, wenn man sich das wieder abgewöhnt und super lange Gespräche führt, um nachvollziehen zu können, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und warum sie das tun, was sie machen. Anstatt zu sagen, ne, ist nicht. Und das liegt ganz alleine bei dir und bei keinem anderen. Sowohl, was du gerne in deinem Leben machen möchtest und erreichen möchtest, wer dich auf diesem Weg begleitet, wie du es machen möchtest und ob du dich dafür interessierst, was andere Leute sagen oder nicht. Und ob du das Bedürfnis hast, dich mit anderen Menschen zu unterhalten oder nicht. Nichtsdestotrotz dürft ihr weiter solche Kommentare schreiben. Das ist für mich völlig fein. Das ist für mich, dass du gerne in deinem Leben machen möchtest. Das ist für mich, dass du gerne in deinem Leben machen möchtest. Das ist für mich, dass du gerne in deinem Leben machen möchtest. Das ist für mich, dass du gerne in deinem Leben machen möchtest. Und du gerne in deinem Leben machen möchtest.